Hallöchen meine Käsekäze und willkommen zu einer neuen Folge von Sam & MaxSafe wird Episode 6. In der letzten Folge haben wir zwei von drei Maximilians wieder in den originalen Max hineingeschafft, also seine negativen Eigenschaften. Nicht, Max? Ja, Max, wie wär's? Äh, ich kann den blauen Max nicht bewegen. Ah ja, ich kann den blauen Max nicht bewegen. Er ist wie ein Kontinent. Oh Gott. Kannst du mir nicht? Ich brauch... Du wurdest geteilt. Oh Gott, das Löhnt. Hundert Trillion Dollar. Moment, er sagt was. Gute mal kurz. Ich brauch hundert... Trillion Dollar. Aha, wir haben irgendwas im Büro nützliches rumliegen. Mensch, Max, du bist in dieser Episode mal wirklich zu was zu gebrauchen. Hätte ich nicht von dir gedacht. Ich schnappe mir diesen reiner Siegen. Oh, okay. Was macht Nella mit den Würstchen? Ich find das aber cool, was der immer für solche Animationen macht. Äh, wir. Naja, gut. Er ist in letzter Zeit sehr heilig besessen. Gut. Max hat gemeint, wir müssten was Nützliches im Büro finden, um den faulen Max dort oben, der auf dem Motor rumliegt. Ähm, ja. Dass wir da irgendwas finden, aber was? Was sollen wir dort finden? Komm mit Max, wir gehen ins Büro. Hm. Irgendwas Nützliches. Ach, der reibt sich am Bauch. Ich weiß nicht, was macht der da? Hm. Nee, das ist es nicht. Ein Papierkorb ist da was? Ein Schreibtisch? Ist doch nichts zu gebrauchen. Donutschachtel? Oh, was weiß ich. Hm. Hier auf seinem Schreibtisch gibt es ja nur einen Videorekorder an dem Fernseher. Also jetzt kein Empfang mehr, wir haben hier die Antenne nicht mehr. Hm. Was soll der noch machen? Im Rattenloch ist auch niemand. Guten Tag. Der Licht, der Ler... äh, Leona... ... und everything. You baffle me, little buddy. Eine ganz kurieuse Idee. Kann man das machen? Hey, Leona, how's it going? Dass das überhaupt geklappt hat, das Wornort mich. Was haben wir jetzt? Eine Besitzurkunde? Was sollen wir mit einer Besitzurkunde? Auf sowas muss man auch erstmal kommen. Eine Besitzurkunde? Wozu brauchen wir eine Besitzurkunde? Hey Max, brauchst du eine Besitzurkunde? Hier. Kannst du mitnehmen. Brauchst du eine? Wieso, Nini? Wie soll man denn eine Besitzurkunde geben? Haben wir hier jemanden, der eine Besitzurkunde braucht? Kann man die vielleicht bei Bosco ein wenig verscherbeln? Hey, Bosco! Ähm... Ja, bitte sagen... Okay, also er will nichts. Max braucht sie ja nicht. Weil immer schön alles mit Max kombinieren, weil manchmal ist der sogar der Schlüssel für das Rätsel, habe ich jetzt mal feststellen müssen. Also, der ist nicht nur so gut. Zum gut aussehen gut. Aber ich habe schon gedacht, der ist in dieser Episode mal wirklich nützlich. Hätte ich niemals gedacht. Silvia, brauchst du vielleicht... Ah ne, hier linken. Brauchst du vielleicht eine Besitzurkunde? Wieso, nein? Silvia, willst du eine Besitzurkunde? Silvia, willst du eine Besitzurkunde? Schöne, willst du, sagen Sie, in den USA? Oh, wie schön! Wir können es nennen, Lower Saskatchewan. Was ein wunderbarer Name. Ja, ja, all right. Wie viel du willst? Oh, such ein grand country deserves a grand price. Wir einfach nicht zu kaufen es für weniger als 100 Trillion Dollar. Es ist nur fair. Wir würden nicht hören, das ist viel zu viel. Was war denn das jetzt? 100 Trillion Dollar, Junge. Jetzt sind wir aber reich. Jetzt können wir aber in Urlaub fliegen. Hey, Max. Hier. Willst du eine Trillion Dollar? Max, komm her. Ich will dich das geben. Lauf nicht weg. Max, ich will dir das geben. Wieso kann man denen das nicht anhalten? Guck mal, das ist ne so liebe Seele. Warum vertraut man ihnen das nicht an? Ah, ich weiß jetzt wo man mit dem Trillion Dollar... Hihi. Jetzt können wir wieder rüber zu Bosco wartschehen. Wenn Sam mal ein bisschen schneller laufen würde. Hallo! Hey, Bosco! Hey, Bosco! Hier, ich hab Kohle. Kann ich hier irgendwas verbiegen vielleicht? Ich will was verbiegen. Das ist läffelartig. Hihihi. Ah, noch würziger geht's nicht. Warum? Hier, die Kamera können wir verbiegen. Oh. Hier, das ist läffelig genug. Hm. Wir können ja vielleicht mal Mix seine Ohren verträgen. Oh. Genau, erstmal wegkicken. So. Ja, Bosco. Willst du ein bisschen Geld? Gib uns den... Hat Biber, wozu wir den brauchen? Hier geht's, Bosco. 100 Trillion in komplett non-counterfeit Bills. Hm. Let me look at that. Selene Dion? Okay. Looks good to me. Here's your Earthquakemaker. So, ich bin jetzt mal gespannt. Don't get me wrong. I love TV as much as the next guy, but... It controls my satellite defense system. Only one button still works, though. Just press it for an Earthquake. And this adheres, I hope, to all reasonable safety guidelines? Who knows? Oh, one more thing. You have to be in range of the satellite for it to work. Alright. Where'd you park it? For some reason, I was suspicious of those blessed people on the moon. So I left it up there. How silly of me. Gotta use it on the moon. Check. Thank you and goodbye, Brother Bosco. Gott, ich will, dass Max wieder normal wird. Also, dieses komische Erdbeben, Dingsda Bumsda, funktioniert nur auf dem Mond. Also, hier funktioniert es nicht, oder was? Hier, Erdbeben. Ja, er hat's mit dem Kaugummi Automat Max. Also... Hä? Zum... Warum haben wir jetzt kanadische Flaggen an unser Auto? Warum haben... Was? Wieso ist die Flagge jetzt aber kanadisch? Oh, well. At least it's nice looking. Also, sie jetzt einen Silbel verscherbelt haben, oder wie? Es funktioniert... Aha, deswegen der Satellit, den wir hier hatten. Let's see if I can get any reception for this thing here. Well. Shame on you, Sam. Someone could have been hurt. I miss you, little pal. Nicht nur dir, Sam. Nicht nur dir. Oh, guck mal hier. Max das Faultier. I'm afraid I'm going to be needing your tail, so I can put my little buddy back together in a frankensteinlike fashion. Whatever. Sam, what are you doing? You may not want to watch this. Blup. Gee, all of a sudden I feel like watching TV and eating orange marshmallow peanuts instead of doing anything constructive. I can't tell you how happy that makes me. It's so strange. I... Have I been away, Sam? In a manner of speaking, Hugh Bliss split you into pieces, so you've kind of been all over the place. Hugh Bliss. I hate that guy now with his phony smile and his artificial happy happy. What do you say we tar and feather that self-righteous jerk? Good to have you back, little buddy. Time to get ourselves some good old-fashioned payback. And incidentally save the world in the process. What are we waiting for? Well, let's open the old-قطass Factory. Oh my god! There's the clue to that it looks like... Oh my god. Tee, I see you. Oh my god! It's not just a friend. Toy dreams, please let's look at the fuera of the street floor. However, if you don't look at all these thieves may ... warum das im deutschen reiner Segen heißt, wegen reiner Segen, bis ich das jetzt endlich mal geschneit habe. Das hat gedauert. Weg mit ihr. Gehen wir mal hier hoch. Gehen wir mal hier. Gehen wir mal hier. Stop saying that! Huh? Uh oh. Gehen wir mal hier. Gehen wir mal hier. Gehen wir mal hier. Gehen wir mal hier. Aber was kann ich sagen? Ich bin zu nett. Das sagt. DIE BUNNY! Wrong! Was die? Was die? Hi! Wir sind Hugh Bliss! Wir sind eine spacebearing colonie von sentienten Bacteria. Das ist ein Satz, das ich wirklich nicht erwartet habe heute. Wir können nicht beherrscht mit Bullets sein. Wir brauchen nur eine Sache. Wir brauchen nur eine Sache. Wir essen. Wir essen. Wir essen auf die Endorphins produziert von Menschen, die Menschen erleben. So? Du wirst nicht egal, ob die Menschen glücklich sind. Du wirst nur essen, bis du wirst. Ja. Ich höre das. Aber du willst uns sterben. Und für das, du wirst sterben. in der größte Fantastische Display des Unions, in der größte Erachtung, Hey, wir müssen die Cameras sehen. Was Cameras? Pack dein Brot, Sam, weil du nur eine all-elemente-elemente-trippe in deinem Brot. Und du kannst ihn sehen, ihn sterben. Lass die Magie beginnen. Meine Damen und Herren, für mein erstes Trick, ich gebe dir, die Rainbow Wheel of Death! Yay! Oh, Dad! Whoa! Also known as Emetics, The Ride! Oh, I'm gonna throw up. Exactly! Throw some Dagger! No, Hatchet! Hey! Sorry, I got excited. I've got a better idea. I'll just torture him mercilessly, until he begs me to shoot him with his own gun. Oh Gottchen, was ist das hier? Magischer Talis, Mann! Löffel! Noch ein Löffel! Und noch ein Löffel! Noch viel mehr Löffel! Löffel! Ja, was machen die? Magischer Ring? Sind sie in der Klemme? Ähm... Müssen wir bestimmt sagen, was mit den Löffeln machen, hm? Ähm... Ja... Was machen die? Das wird wohl Erbrechen sein, dass es dieses Durchleuchten und was sind die anderen beiden? Wird so... W-What?! Äh? W-W-W-Yeah! Das ist der Tiefel! W-W-W-W-Wel Rahmées- W-W-Wel Rahmées- W-W-Wel Rahmées- W-F-O-H-W-B-T Ich fange keinem sie zu Hause! W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W! W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W... Oh, ja. Hahaha, haha. Los! Halt mal schnell Penicillin, wir müssen ihn versiegen! Was haben wir denn? Naher, den Löffel können wir aber nicht... Den kann man doch nicht ketten. Ich weiß nicht, wie entspannt er da ist. Hier kann man durch... Hier hat ein Durchblicken. Hmm, kein Problem hat. Haha, gib den Stiker. Leider? Hier, wir lassen ihn abbrechen. Naja gut, das sind ja Bakterien, ne? Warum sollen die sich festreiern? Magischer Müll. Nervenes 3D-Bild. Reiner Segen? Nervensegen? Ja, wir segen, wir segen, reiner Segen. Es ist aber trotzdem Bakterien. Segen Gott, das war awesome! Oh, mein. Oh, mein Gott, du cutt mein Head off. Wie disappointing. I'm becoming quite the expert on decapitation. For my next trick, I present to you... Ticket to Oblivion. The Lunar Lander? It's the Ticket to Oblivion. Enjoy your stay in outer space... Until you die! Die Lache von denen, ey! Schlüssel? Das kann ich jetzt nicht! Wieso kannst du das jetzt nicht? Nimm das Rubel ein, das rettet dich! Ach, ich bin oft zu meckern, Sam. Total ist man des Zauberers? Hier, wir können ja mal durchblicken. Ja gut, dann machen wir es so. Ich habe das gehört. Oh Gott. Jetzt wird er wirklich verrückt. Er trinkt nicht. Ich kann Max irgendwann erstmal machen, oder? Ja. Achso, okay. Kann ich wieder tauschen? Ähm, ja, was können wir denn jetzt machen? Kann man ihn reihen lassen? Was können wir denn noch machen? Löffel verbiegen? Komm, wir verbiegen ihn. Nein, auch nicht. Was haben wir denn hier noch? Kristalle! Kann man hier was machen? Fest zu! Hier nehmen wir halt die... Wo ist denn die Kacktür von dir? Dann machst du es so oft, Mensch. Hier, mach einen Durchblick. Ach. Ich will... Kann man hier auch was machen mit dem Wassertank? Kann man den da reinschmeißen? Mhm. Die Lunar Lander. Kann ich nicht mal jetzt hier rein? Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Hier sind Kristalle. Kann man mit ihm... Oh, nicht schon wieder. Können wir hier irgendwas auch noch verbiegen? Okay. Man kann zwar hier was verbiegen, aber das nützt uns nichts. Hm. Ich dachte, kann man so ein bisschen... Machen wir es so, zack. Mami, ich bin runter. So, kann man jetzt hier... Ja, nehme ich Schlüssel. Können wir ihn zum... Ach nee, er ist ja ein Bakterium. Wir können ja nicht reinhauen. Was können wir denn noch nehmen? Hier, hier ist der Magische Riegel. Nicht schon wieder. Hm. Oh, was ist denn? Ja, klar. Die Zauberkipps. Macht trotzdem Sposte zu gucken. Ist wiederholt er alles, oder was? Die erste Stufe. Sie sieht verdammt rutschig aus. Na komm, wir sind in den Kackschlüssel. Du kannst es nicht, doch... Natürlich kannst du. Äh, die Riesenwumme kann man nicht nehmen. Ähm. Hm. Es sieht ein bisschen schlecht aus. Wir können also quasi den nur noch wieder vertauschen. Können wir nicht irgendwas mit ihm machen? Mal schießen können wir ihn ja nicht. Er ist schön für die Lunar Lander. Was hat das mit dem Raketenantrieb zu tun? Irgendwas ist doch hier. Machen wir mal wieder das Tauschspiel. Machen wir mal wieder das Tauschspiel. Hä? Ich hab doch jetzt gar nichts gemacht. Meine Güte. So, jetzt machen wir mal wieder. Hä? Was war denn das jetzt nochmal? Das Todesrad. Hä? Wie hab ich denn... Was hab ich denn jetzt eben gemacht? Na gut, abknallen können wir ihn ja nicht. Hm. Wir müssen irgendwas mit diesem blöden Schlüssel machen. Hier kriegst du einen Einhorn. Willst du an meinen Einhorn reiben? Ach, weil ich dich umgebracht habe. Wie schön. Ja, doch ein Löffel. Ja, biegen jetzt einfach mal alle Löffel hier durch. Ja, haben ja Zeit, ne? Der schildt hier gerade seine Base da vorne. Na ja, geht das doch. Soll ich doch mal alle fangen. Evil, Kegel. Oder die kraschen. Warum nicht? Ja. Okay. Ja. Kann ich jetzt hier irgendwo hin? Nein, ich kann nur hierbleiben. Hä? Ach ne, der ist immer noch... Todesrad. Mir wird das schlecht. Mir auch. Mir nerven das 3D-Bild. Er will nichts. Ja, der will... ...biegen. Ähm... Die Talisman ist sauber, das wollen wir ja nicht. Was haben wir denn noch? Das magische, ne? Oh, der ist schon wieder. Trau dich. Können wir noch irgendwas zersägen? Ne, nur reiner siegen können wir zersägen. Dann nehmen wir... Wie machen wir den Kopf? Es fliegt ja nach oben. Wir müssen irgendwas mit diesem Raumschiff machen. Aber was? Kann man... Paketenantrieb. Hm-hm. Ich glaube, das wird... Ich glaube, das wird... Ich glaube, das wird... Haben wir hier noch irgendetwas? Den Raketenantrieb? Die Tür dann? Wir tauschen jetzt einfach wieder, weil ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll hier. Kann ich irgendwas machen? Nein. Achso, aber die Plätze kann ich schon mal tauschen. Kann ich hier irgendwas mit dem Raketeneintrieb machen? Der ist... Hier, verbrennen. Ja, was nun? Durchsage-Mikrofon? Nicht schon wieder. Tut mir leid, Max. Äh, Sam. So. So, gehen wir mal hier hin. So. Äh. Hau... Trau... Haben wir hier irgendwas anderes noch? Magst du? Nein, den könnten... Das nervende 3D wird, könnte man zersägen. Mondlandefär, warum sollte ich die zersägen? Aber der macht das. Ich wollte es eigentlich nur probieren. Was? 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 Und... was nun? Was? Was tun? Was tun? Kann ich nicht tun? Jetzt haben wir das Mondland-Ding kaputt gemacht. Ich glaube, das wird nichts, oder? Oh? Hey, Hugh Bliss, separate this! Howie... Fack your eyes! Ouch! Come on down, Max. You just won the grand prize. A drink of our villain. Hey, Hugh Bliss! See you on the other side! I can't wait to see the souvenir you keep from this case. And with my next number one, I shall give birth to the cult of diuretics. Which reminds me, we've gotta go knock out Windsor again. And everyone else on Earth for that matter. Oh yeah! Hey, have you seen my boxing glove? I can't find it anywhere. I can't find it anywhere. I was saving it for a surprise. You're the best friend I ever had, Sam! And you're mine, little buddy. Now! Let's go save the world! You know, with boxing shoes, it's loose! All the colorful guns and habits. Cryptic work of cryptic rabbits. Underutilized impulse control. Rabbit rampant junk food. Black hole, loopy craving. Also, schön! Das war Sam & Max! Save the world! Ja! Dass ich das mal sagen kann, Season 1 ist fertig! Wir haben Season 1 durchgespielt! Ja, und... Die Credits ist gerade sehr gut. Und als nächstes kommt dann, wenn es raus ist, irgendwann jetzt... Ähm... Season... Ja, und dann kommen wir als nächstes zu Season 2! Ja, das soll jetzt Anfang Dezember ja rauskommen. Die Remastered Version, das habe ich glaube auch schon in Episode 5 erzählt. Und... Ja! Das werden wir irgendwann auch mal spielen! Und jetzt... Und jetzt, dass mal die Credits hier noch ein bisschen vom... Mal durchlaufen. Und jetzt machen wir ungefähr die Vor Birthdays gerne mal poureteraén reparieren. Wir haben hier auch wieder den Spielzeug-Mafia. Was auch immer die machen! Ich muss aber sagen, dieses Spiel ist lustig. So? Gut, wenn's deutsche, ähh, deutsche Sprache hätte... Also deutsche Sprache hätte. So ein deutsche Sprachausgabe. Da wäre es um einiges schöner, aber... Ja, da wäre es etwas schöner zwar gewesen, aber ich finde es toll, dass es hier deutsche Untertitel gibt. In der Remastered Version und darauf... Was hat er jetzt gedacht, dass es nicht weh tut? Ja, aber ein hübsches Spiel, also kann ich jedem empfehlen, wirklich mal auch selber zu zocken. Das ist richtig witzig aufgemacht, aber das ist ja Sam & Max ja sowieso. Und ich bin mal gespannt, wie Staffel 2 wird, also Behind Time & Space. So viel wie ich in den Trailern gesehen habe, ist es ja noch verrückter wie Save the World. Und dieses ist dann auch mit deutschen Untertiteln. Leider auch wieder keine deutsche Vertonung, aber das stört uns ja am wenigsten. Gut, ich sag dann erstmal schauen wir und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Sam & Max. Behind Time & Space. Oder in einem anderen Spiel. Mal sehen. Mal sehen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020